In dem Gäste-WC steht auch eine unmotivierte Dusche. Ja, das ist wie Gäste-Dusche. Das heißt, das Gäste-Zimmer. Da wird ja alles so hart. Ja, aber es ist, genau, es ist abgeschreckt und das sollte funktionieren. Sollte funktionieren. Wofür? Ich kann es doch nicht jetzt. Nein. Ja. Das ist psychologisch. Ja, nicht so richtig. Oder so weit, jeder, jeder, nein. Ja, ich bin mir nicht so richtig.